beim pferd sprung die mannschaft aus der dda mit einem ihrer jungen mit andreas wecker und sie brauchen eigentlich keine angst mehr zu haben sie haben die silber medaille so gut wie sicher beginnt mit zu geharrer doppel saldo mit ganzer drehen bei der fülle dieser klasse leistungen die es jetzt in den letzten zwei stunden zu sehen gab ist es eigentlich schade dass in sechs geräten gleichzeitig getört andreas wecker vom sc dynamo berlin luft für seine letzte bahn und wenn nichts mehr passiert hat er mit seiner mannschaft die silbermedaille gewonnen 18 jahre die wertung von ickitane am seit pferd war 9,8 hier noch einmal die zeitlupe von andreas wecker you und und Vielen Dank.